Komm rein, der Gegner ist hier. Der Gegner ist hier. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich baue da mal meine 4K-Videocam auf. Ich baue da mal meine 4K-Videocam auf. Hallo, meine Hände sind spitzig. Hier, hast du dein Zeichen? So, ich habe ein Buch hier, damit er auch lesen kann. Fürs Weiterbilden. Wir haben halte Temperaturen. Wir haben spitzige Hände, als euch zumindest. Du hast ja auch einen Elektroschock bekommen. Wir haben aber die 18 Grad. Und ein Zeichen. Bei mir ist es 7,6 Grad. Es ist ja gar kein Grad. Licht ausmachen, Licht ausmachen. Fingerabdrücken vielleicht. Gibt Zeichen. Gibt Zeichen. Gibt Zeichen, Bro. Wir müssen Regen, 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 Tats, Regen, Tats. Aurem, 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 Aurem. In the jungle, when I die jungle, the lions sleep tonight. RMS 5. RMS 5. RMS 5. Ich kann nicht bis 5 zählen. Ich kann nicht bis 5 zählen. Hande doch, bitch, bitch, pussy. Wir werden alle sterben und dann werden wir nicht sterben. Andreas Meier. Andreas Meier. Alles gut. Einfach an ausmachen, dann ist es wieder auf 1. Elektro... Elektronie. Warum, warum, warum jetzt hier nicht 3 von den Fügelchen Femmenschissen machen? Technik, dir Geister. Bei Technik fragen nicht den Geister. Er hat im Flug gehaucht, er hat im Flug gehaucht. Digga, das war so ein schlechter Soundeffekt von euch, Digga. Hä? Hab ich nicht gemacht. Das war kein Soundeffekt. Das war kein Soundeffekt. Also wenn es ein Soundeffekt war, kann er von dir. Das ist immer, ich hab nur noch ne Taschenlampe und einmal Hausaufgaben. Ja, ich auch. Den Rest hab ich hier entgeschmissen. Ja, das war eh, wow. Digga, das ist so schlecht, Digga. Wollen wir nicht mal so ein Staff holen?